Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Wir sind in der letzten Folge durch diesen Brunnen hier gekommen. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf noch beim ersten Versuch schaffen, aber wir können ja die Zeit zurückspulen, ne? Ja, der Anfang war ein bisschen scheiße. Können wir auch über die springen? Nein. Okay, damit ich nicht so viel Gesundheit verloren habe. Ah, doch, toll. Okay, dann müssen wir dem so geben. Hoffentlich ist es der letzte. Bitte kommt nicht neue. Bitte nicht. Es kommt neue. Okay, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich denke mal nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Fuck. Da wollte ich gerade über den springen und der hat mich dabei getroffen. Okay, 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 okay. So, okay, okay, okay. So. Hier kommen auch immer Neues. Ist nicht wahr, ey. Ey, ich muss immer gucken. Ah, da ist eine Sandquelle. Die kann ich auch aufnehmen. Komm. Nein. Ja, toll. Ich gehe mitten rein, ey. Komm schon, komm, 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 komm. Neue Sandbehälter und so. Oh, fuck. Wir können die Superattacke trotzdem nicht machen. Egal, wir können dann mehr, äh, zurückschubeln und so. Komm, schnell. Und wir ablocken. Immer dasselbe jetzt, ey. Komm. Zack. Da kommt immer wieder Neues. Ist nicht wahr. Okay, aber der ist normal. Fuck, da habe ich trotzdem verschwendet. Und da bin ich weg. Fuck, ich kann ja auch nicht zurückspulen, ey. Oh, das war's, ey. Mann, in diesem Kampf bin ich nicht gestorben. Nochmal. In diesem Kampf bin ich nicht gestorben. Nochmal. Ach. So, diesmal kann der Anfang aber nicht so scheiße werden. Komm. Komm, diesmal gleich hier alles mitnehmen und so. Sagte ich und da kam schon wieder so ein Backel. Warum mache ich das überhaupt? Ach, wegen den Aufnahmen auch. Also wegen den Aufnahmen von den Monstern, halt. So, komm. Okay, okay, okay. Nimm mal diese großen zuerst weg. Oh, Mann, ey. Mach schon instinktiv, wenn ich getroffen werde, ey. So. Ah, den kann man nicht abblocken, ey. So, aber da ist schon ausgewiesen. Den hat er auch umgenockt. Sauber. So, und jetzt du alleine. Bam. So, komm, noch mehr hier. So. Okay, es wird schon langsam ein bisschen kniffliger hier mit den ganzen Gegnern. Alter, lass mich doch... Ey, ich kann auch den einfach nicht so treffen. Wenn ich gerade beim... Äh... Versteinert... Wenn ich den einen gerade versteinert habe, ey. Weil die mich dann alle angreifen, ey. Wie oft sag ich, ey. Ey. Ah, fuck, ey. Da muss man immer aufpassen. Ja, schön. So. 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 Ey, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt darf ich wieder nicht getroffen werden, ey. Jeder Treffer kann jetzt wieder das ausbedeuten schon, ey. Komm. Ja, geh mal weg da, der Goldene. So. Bitte. Ja. So. So, dann jetzt erstmal die Sandquelle aufnehmen, damit wir wieder alles voll haben. Wir haben 32 Aufnahmen mindestens gemacht, weil wir jetzt wieder dieses aufgestockt haben. Oh, ne, noch eine Aufnahme, dann haben wir den vorletzten erst, weil wir ja jetzt noch einen dann Behälter dazubekommen haben eben. Durch die Aufnahme. Okay. Okay. Irgendwie, der Palast ist verlassen und aus dem Brunnen, ja. Schön. 62%. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Irgendwie so ein verlassener Palast und Pfarrer irrt da in den Gängen rum. Mal gucken, wann wir sie wieder treffen werden. Ich weiß das nämlich auch gerade nicht mehr so genau. Aber wir haben wieder kein Leben. Ist hier irgendwo so ein Becken? Ja, doch, oder? Nö, da ist kein Wasser drin. Verdammt. Nochmal den Brunnen runterjumpen und mal gucken, ob da was ist. Ah, okay. Ja, je nachdem, warum das jetzt gebaut ist. Ich will das nicht hinterfragen. Extra dafür, wenn jemand langkommt, dass er dann seine Gesundheit auffrischen kann. Okay, wieder ein Seil. Die werden jetzt aber irgendwie häufiger. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Moment. Welchen Schalter soll ich jetzt betätigen? Den gelben oder den? Weißen da. Und wie soll ich denn wieder zurück abspringen? Von der Wand oder was? Ja, und dann den gelben oder was? Gehst du auf Zeit? Ich hoffe nicht. Ey, nein, nicht zweimal nach da. So. Ach, ne, komm, ist doch nicht auf Zeit. So. Und. Zack. Okay, Sandquelle. Irgend so ein Garten hier oder so. Keine Gegner. Okay. Wirklich nicht, zum Glück. Okay, wieder zwei Schalter. Der macht so eine Plattform und der aktiviert wieder alles, oder? Alle fallen und so und eine Tür. Ja, war ja klar. Ah, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Da kann man aber, glaube ich, diese Dinger da so ein bisschen, äh, cheaten, äh, kann man so ein bisschen betrügen, glaube ich. Okay. Ja, genau, jetzt gehst du runter, ey. Okay, machen müssen wir irgendwie... Irgendwie, irgendwie Höhe. Verdammt. Da komme ich rüber. Au. Verdammt. Hm. Okay, dann irgendwie, wenn es... Hier so ist. So, und dann... springen. Und dann ist man doch da oben. So, dann noch... Hier lang. Wow, fuck. So. Fahrer? Dann kann man hier lang. Seid ihr da? Hallo! Seid ihr das? Hier bin ich! Okay, irgendwo ist hier Fahrer natürlich wieder Gegner. So, komm her, diesmal nicht. Ja, okay, sind aber so leichte. Aus den Bädern. Fahrer ist ja auch in den Bädern, oder? Wollt ihr da nicht irgendwie warten? Ah, das sind die blauen. Natürlich. So. Na. Okay, mehr Feinde, mehr Feinde. Natürlich. What the fuck. Ja, stimmt. Ja, das wollte ich auch gar nicht mehr machen. Ja. Ey, siehst du mal Gegner sogar auf den Gegner, den ich wirklich angreifen wollte. Ah, Mann, ey. Okay. So. Zack, okay. So. Dann du. Verdammt, das wollte ich nicht. Au, ich wollte den doch angreifen, ey. Mann. Mann. Ah, toll, ja, das hat sie jetzt auch nicht mehr gebracht. Naja. Hab ich jetzt zwei Sandwälde verschwendet, oder was? Naja. Der trifft die auch manchmal nicht hier. Das ist voll dumm. Aber ich glaube, es müssen auch immer so viele Gegner kommen, weil wir sonst nicht unsere rechte Leiste mit auffüllen können. Nein, das wollte ich nicht. Alter. Das wollte ich auch nicht, ey. Der schlägt manchmal hier und macht nicht den Dolch. Und dann macht es irgendwie dann erst, wenn er wieder auf dem Boden ist, ey. Ey, ich hab auf Abwände gedrückt, Mann. Ey, die machen mich jetzt hier fertig. Das ist voll dumm. Der hat er wieder nicht getroffen. Okay, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber geht auch. Spring doch über den. Da schon wieder nicht, ey. Boah, ich hasse diese Steuerung, ey. Komm jetzt erstmal hierher. Und das wird bestimmt der letzte Gegner. Hat auch nichts gebracht wieder. Ist einfach dumm. Mit diesen Wänden, ey. Ja, das war's. Ich will mich nicht aufregen. Nein, nein. Äh. Das Spiel ist toll. Was war das denn jetzt? Na, ranzoomen und dann doch nicht. Ja, ich weiß, dass wir immer noch Fahrer suchen. So, komm. Boah, wie lustlos ich bin jetzt, ey. Okay, aber wir treffen sie anscheinend wieder. Da, der Harem des Sultans. Alles klar. Hm. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Ja, als Kind hab ich mich gefragt, was ein Harem ist. Okay, so. Da ist doch ne Mauer hinter, Gär. Ne, da ist ein Tor hinter. Und da kommen wir durch. Ne, da ist auch so ein Tor. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo's hier lang geht. Ey. Ja, okay, doch. Natürlich, Gegner, komm. Aber ich seh sie ja noch nicht dadurch. Ja, ja, wir kommen. Ja, ja, wir kommen. Äh. Okay. Da ist ne Sandquelle. Hm. Man, ey, überall rätseln, hier. Das. Nee. Äh, was war hier denn nochmal? Hab ich auch gehangen, hier hoch, oder? Ey, komm, da oben ist doch... darum ist dann nix da kann man sich ja festhalten oder nicht da ist sogar die Wache da dadurch eh irgendwie nö wir müssen irgendeinen Schalter betätigen wie es aussieht irgendwie auch hier durch nö hier nicht okay wer das ist der einzigste Weg wo wir durch können was